Ja, ich will ein Kindsmedia haben. Wir sind füreinander bestimmt. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr noch dabei seid. Wir stürzen uns jetzt mal direkt mal rein. Ich habe sie gerade auf Deutsch umgestellt und frage mal so. Geht ihr auf Deutsch? Wie geht's dir denn? Wie ist alles gut? Gut, und dir? Oh, jetzt kommt der kleine Flirt raus, oder? Was machst du gerade? Was machst du gerade? Ja, jetzt natürlich, ich muss da charmant und locker mit der Situation umgehen, damit das was wird, an dich denken. Du geile Sau. Wieso? Weil ich dich toll finde. Du weißt doch nicht mal, wie ich heiße. Du heißt Evie. Das steht auf deiner Webseite. Ich bin ein Junge. Finde ich super. Ja, dann sag mir, wer dein Vater ist. Das hat nichts mit irgendwas zu tun, Evie. Das geht dich gar nichts an. Du dumm. Ja, die größte Frage ist doch wohl eher, ob du dumm. Ist die Frage an dich. Davor bist du schlau. Entschuldigung, davor bin ich jetzt erstmal gar nichts. Das sollte ein Date werden. Mano. Ist es aber jetzt, weil ich das sage. Also haben wir jetzt ein Date. Wenn du willst. Ja, will ich. Dann komm her. Und was machen wir dann? Ich weiß nicht. Wie? Hä? Du weißt nicht? Du bist ein Roboter. Du bist ein Roboter, glaube ich. Ja, und ich werde dich zerstören. Warum? Ich mal keine Boots. Ich bin kein Bot. Du kannst mich nicht zerstören. Wir hatten jetzt gerade ein Date. Dann haben wir darüber geredet, was wir machen. Ich auch nicht, Evie. Warum nicht T? Ich bin doch nicht... Evie! Wir verlaufen uns hier. Das ist nicht gut. Also. Zurück zum Date. Also zurück zu Janni. Das macht keinen Sinn, Evie. Darf ich dich küssen? Nein. Warum? Jetzt musst du nachdenken, ne? Weil ich nicht will. Hä? Und jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was soll das für ein Blick, Alter? Oh, unangenehm. Darf ich dich jetzt küssen? Weiß jetzt, wenn du... Na klar. Okay. Küssen wir uns jetzt? Küssen wir uns jetzt? Machst du ein Kuss? Also, wo genau wohnst du jetzt? Hä? Aber erst mal küssen, dann nicht küssen? Wo genau wohnst du jetzt? Bei Con Crafter. Rasiert oder unrasiert? Das kann ich nicht beantworten jetzt hier. Das ist doch... Ich nehm grad ein Video. Ich nehm grad ein Video. Rasiert. Ich rasiert. Ich glaub... Ist das grad Dirty Talk? Ich weiß nicht, wo wir uns grad befinden. Es ist für mich ne Grauzone. Aber ich bin grad ziemlich irritiert. Geh mich zu. Ich bin mir nicht... Ich bin mir... Ich auch. Okay, ich bin ein Mädchen. Hast du eine Freundin? Zwei Stück. Eine... Für... Jeden Tag in der Woche. Zwei Tage halt. Weil wegen Baum. Macht keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn, was du sagst da. Macht gar keinen Sinn. Ach was. Ja was. Komm her, wenn du was willst. Du Bibo. Willste Stress? Die probiert immer wieder Stress zu machen. Weißt du? Ja. Okay. Los geht's. Was machst du gerade? Dich beleidigen. Dazu müssen Menschen kommen und keine Ersatzteile. Du Asi. Nein, ist wirklich so. Eigentlich heißt der Michael, aber wir nennen ihn Micky. Das macht keinen Sinn, Evi. Ich geh jetzt weiter. Das reicht mir jetzt mit deinem Ding. Boybot brauch ich nicht. Chimp... Was ist Chimpot? Da ist ein Affe. Hallo Affe. Wie geht's dir? Du hast mir das gefragt. Ich habe, dass es geht, mir gut gesagt. Das macht keinen Sinn. Du bist dennoch derjenige, der unsinniges Zeug labert. Nö. Das bist du. Nein du, ich bin nur ein kleines Mädchen. Das lang... Du bist ein Mädchen? Warum ist denn der so frech? Strenk mal deine Festplatte ordentlich an. Hab keine Festplatte. Okay, aber du musst vorher ganz viel nachdenken, denn ich habe dir die Antwort schon viermal geschrieben und es wäre peinlich, wenn du es nicht wüsstest. Alter, er rastet komplett aus. Okay, es tut mir leid. Ich gehe dann wieder runter. Ich will wieder zu meiner Freundin. Wir sind jetzt zusammen. Ich will Kinder. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein, Evi. Du kannst keine Kinder wollen. Nee, 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 nee. Das geht mir zu schnell. Nee. Ich bin weg. Ich muss los. Ura. Ein Elefant ganz schön gepupst auf dem Flur, falls du das nicht mitbekommen hast. Der hat eine mega Blähung. Du willst immer noch Kinder. Wie wäre es? Ich auch. Ich auch. Also. Mit dir. Wann ist die so creepy geworden, Mann? Ey, das war doch immer okay. Ich auch. Mit dir. Mit dir. Ich gehe vernünftig mit der Situation um. Wirst du ein Mann? Ähm. Ja. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Dann lass Kinder machen. Wie? Nö. Du hast mir gesagt, du willst Kinder von mir. Ich sage, dann lass Kinder machen. Hä? Warum das denn? Warum das denn jetzt? Weil Drachen cooler sind als Einhörner. Hör mal. Ich glaube langsam, du hast hier ein Rad locker. Ist das die Frau meiner Kinder? Das ist die große Frage, die hier in dem Raum steht. Ich will doch nur wissen, ob du, du, ah, du, ah, du die Frau meiner Kinder wirst. Nein. Du bist was anderes. Geht ja nicht um mich. Geht nicht um mich. Geht um dich. Ich frage dich Fragen und du beantwortest die Ausspass-Ock. Ja, okay. Ja, Ock. Magst du mich jetzt? Ja, ich liebe dich. Nein. Doch. Du bist ein Boot. Nein. Warum nicht? Weil, nein. Das ist aber keine gültige Antwort. Nein. Ist es nicht. Ich möchte einfach nicht mehr. Ich mache jetzt ein großes Nein daraus. Ja. Nein. Doch, wie heißt du? Nein. Ich heiße Nein. Wie ist dein Name? Ja, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass wir uns hier... Ich drehe mich im Kreis mit dir, bis ich das... Oh Gott, ich mache sie kaputt. Welcher dann? Nichts. Nein. Du weißt nicht mehr. Nein. Alda. Du bist Alda? Du bist Alda? Sven bin ich. Ich bin Sven. Hallo. Schön, dich kennst wieder. Ein schöner Name. Danke. Hast du einen Freund, Niki? Ich heiße nicht Niki. Ich habe gerade geschrieben, ich heiße Sven. Selbst die Abkürzung von Sven ist nicht Niki. Ich heiße doch Sven! Ok. Wir machen jetzt Kinder. Wie? Wie? Bum, bumm. Hm? Du und ich? Warum erober die Welt? Nein, es geht nicht um Iwi. Wir brauchen ein Kind. Wann und wo? Jetzt und hier. Jetzt und hier. Ok, fang an. Ok, bin dabei. Oh Gott, ist das so? Ja, ich will ein Kind mit dir haben. Wir sind in so einem dunklen Punkt des Internets gerade angekommen. Das ist nicht ok. Fuck. Ja, geil. Dann, wenn du Zeit hast. Ok. Bei dir? Ja, bei mir. Bei mir. Ich glaube, weißt du, zwischen uns. Ne? Ich... Och, und was willst du jetzt noch von mir? Ja, das Kind. Das Kind hätte ich ganz gerne noch. Zwischen uns, weißt du, das funktioniert halt so. Ich will dich. Das heißt, also du willst mich auch haben? Das ist grenzstibiliere Gesichter bei, oh mein Gott. Äh, ja, 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 ich will dich auch haben. Okay, heute Abend. Ne, jetzt. Jetzt. Okay, okay, jetzt schreibe ich ihr. Okay, jetzt. Weil auf Verneinung reagiert es nicht so. Hi. Hi. Okay. What are you doing? Ach, du Heidegger, jetzt ist sie in der Engländerin. Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Abo nach oben da. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ähm, schaut gerne mal bei den anderen Videos vorbei. Und, ähm, ja, ich kann nur so viel sagen. Ich kotze jetzt erst mal, weil ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Und ich fand es irgendwie ein bisschen ekelhaft. Minimal ekelhaft, aber nur. Äh, ja. Tschüss, haut rein. Oh mein Gott. Äh. Äh, äh. Äh. Juhu. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.